so leute hallo und jetzt willkommen zu einer neuen folge gta 5 so wahrscheinlich sagen sie nur ein audi ein audi von michael das ist kein richtiger audi man kann ja das zeichen sehen so aber ist ja auch egal, ah genau, mission, ähm, boah, warte, vielleicht muss man gerade, nein ich muss jetzt mal gerade was gucken, äh, das grün ist blau, ja wahrscheinlich kann man als franklin nur die blauen missionen machen, ja, ähm, fahren wir mal hier hin so, ach genau, und trevor, oder wie der heißt, war dann rot, ne, michael, franklin und trevor, ich muss mir das mal wieder einprägen, ne so, aber geiles auto, ne, also ich mag ja der audi sowieso gerne gerade mit allrad so richtig sportliche s-klassen oder sowas, ne, also s, audi s, oder r ist noch viel besser oh so weit wir schon essen oh so so nerfige Gees, okay war kwertig, das ist so so oh Oh, wow. Ich hab' mein Leben. Ach, diese Frau. Das ist eine Frau. Oh nein, ich hab' die Yoga-Artenis. Ich hab' alle Frauen, was man sagt. Du bist überhaupt nicht stressiert. Jetzt geh' dich aufhören. Sind du okay? Ja, ich bin okay. Ich hab' dich aufhören. Alle von dir. Ich bin aufhören. Du siehst ein bisschen aufhören. Ich kann dich trotzdem aufhören. Okay, hey. Ich hab' Highschool-Football, okay, sweetheart? Ich bleibe QB. Alles klar. Ich hab' keinen Koronärin. Los geht's! Wir müssen jetzt mit der Joggen. Okay, ma'am, Boogs! Rass dich auf die Beach! Ich weiß nicht, wer ich mich mehr überrascht bin. Du bist nicht perfekt für Cardio. Ich kann nicht glauben, dass du schon schießt. Ich kürze einfach ab. Ich kürze einfach ab, Leute. Oh, ist er runter? Oh, ist er runter? Nein! Oh, scheiße. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Oh nein, ich hab' dich verkackt, ey. Kann ich dich da irgendwie abkürzen, so richtig? Weil die ist schon langsam. Ich muss schon sagen, die sieht durchtrainiert aus, aber die ist schon langsam. schwierig, lass uns mit einer Hike auf. Oh, oh, nein. Oh, nein. Du bist überkompensatorisch. Ah, nein. Ich springe einfach, ich lass ihn nicht vorbei. Nein, 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 nein. Du hast so eine Glück für Leben. Echt? Er denkt noch, er ist ein Korovator. Entschuldig, nehm drama's meitt. Wie ist das Crossgut? Okay, herren wir. Nein, nein, nein! Ich bin so ein Schmuck, Marianne, ich bin so ein Schmuck! Ich dachte ich hatte Probleme, aber du? Du hast mir Hoffnung! Ich liebe dich! Mein Schmuck ist hier oben, wenn du mit dem Schmuck... Was? Was? Häh? Mein Schmuck ist hier oben, wenn du mit dem Schmuck... Häh? Er sagt mir, dass du da nicht ein Herz attack hast! Was? Häh? Muss ich das verstehen? Warum fällt mir einfach hin? Häh? Wieso fällt mir einfach hin? So, ich kürze aber richtig ab, Alter! Alter, jetzt schaue ich das... Jetzt kacke ich das nicht mehr, ey! Fuck you, pussieh denn... Häh? Piece of garbage! Run on the road! Take that traffic head on! Rotate for runners! Oh, hier ist ja hinten, damit sie nicht jeden Schuhgast geben! Peace dude Oh da ist er da ist er Bitte fallen nicht hin, bitte fallen nicht hin, ja? Junge der ist aber ganz schön außer Atem Der fasst dich schon mal stark Und die Job einfach noch Auf die Baume auch noch Flick Aber ich hab gewonnen Hätt ich eben glaub ich auch Hätt ich diesen dämigen Checkpoint verpasst Hab ich jetzt bestanden oder was? Achtung, jo machen wir wieder so Sehr schön Ja Leute ich hoffe euch hat die Folge gefallen War nicht so lange aber egal Lasst ein Like und ein Abo da Bis dann Leute Ciao Äh warte Ah ja so Ciao 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 Ciao